Filme sind toll. Sie entführen uns in eine alternative Realität. Diese muss natürlich durch Special Effects erst künstlich geschaffen werden. Es folgen reale Aufnahmen von Filmsets, die euch die Illusion rauben. Godzilla von 1954. Aller Anfang ist schwer. Vor gut 60 Jahren musste man noch Menschen in Kostüme stecken, die möglichst realistisch auszusehen hatten. The Matrix von 2003. Am Anfang des neuen Jahrtausends war man natürlich schon etwas weiter und die Special Effects aus Matrix sind legendär. The Walking Dead von 2010. Die Kultserie spielt in einer dystopischen Welt, in der Zombies fast die gesamte Menschheit ausgelöscht haben. Man of Steel von 2013. Ein Superheldenfilm kommt natürlich nicht ohne coole Flugszenen aus. Wie man es schafft, dass das Cape während dieser Aufnahmen im Wind weht, seht ihr hier. Life of Pi von 2012. Der Film spielt zu einem nicht geringen Teil auf dem Wasser. Um den Wellengang nachzustellen, wurde ein Boot auf einem Roboter montiert, der sämtliche Schwankungen nachstellen kann. Der Hobbit von 2011. Für die unglaublichen Landschaften, die Tolkien in seinen Büchern beschrieb, reichte halt leider manchmal nicht mal das Panorama Neuseelands aus, in dem der Film gedreht wurde. The Avengers von 2012. Hier sehen wir, wie super Schauspieler vor einer Explosion erschrecken können, die niemals im wirklichen Leben stattgefunden hat. 300. Rise of an Empire von 2014. Die Landschaft des antiken Griechenland wurde in einem recht klein wirkenden Green Room simuliert. Gravity von 2013. Der 3D-Weltraum-Thriller von 2013 wurde natürlich nicht im Weltall gedreht. Die spektakulären Bilder der Erdkugel wurden am PC herstellt. Der Herr der Ringe von 2002. Na, geben wir es einfach mal zu. So schlimm sieht er im richtigen Leben gar nicht aus, unser geliebtes Gollum. Game of Thrones von 2013. Wir haben keine Ahnung, was die mächtige Khaleesi da streichelt, es erinnert aber eher an ein Eis aus Stoff als an einen mächtigen Drachen. Guardians of the Galaxy von 2014. Hier sehen wir, was vom Rocket Raccoon übrig bleibt, wenn kein Computer involviert ist. Twilight Saga. Eclipse von 2010. Etwas enttäuschend, wie der majestätische Wolf aussieht, wenn die Special Effects ausgeschaltet sind. Aber gut für den Schauspieler, der von Kristen Stewart gestreichelt wurde. Welches Filmset hat euch am meisten verstört? Verratet es uns in den Comments! Liked das Video und abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt!